Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Idealyshop News vom 11.09.2019. Hey Leute, Epic Games hat uns in das Supporter-Creator-Programm aufgenommen und nun haben wir unseren eigenen Creator-Code. Wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann klickt im Itemshop unten rechts in der Ecke auf Supporter-Creator, klickt dann auf Annehmen und schon unterstützt ihr uns kostenlos. Denkt daran, dass ihr alle zwei Wochen den Creator-Code neu antragen müsst und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, wir schauen in den heutigen Itemshop rein und da haben wir auf den ersten Blick nichts Neues. Da fangen wir auf der rechten Seite mit dem T-Pose an und da schläft er ein und gleich schläft er ein und gleich ist er eingeschlafen und jetzt fängt er sich wieder und gerade stehen 200 V-Bucks, Kinn hoch, Arme gerade. Jo, finde ich ziemlich witzig, das Teil geht von mir. Ein 9 von 10 und da haben wir ein Voting von 4,55 von 5 bei 64 Votes. Am 7. Oktober 2018 das erste Mal drin gewesen, zwölfmal seitdem 336 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 30 Tagen. So, da haben wir den König Flamingo, der ist echt relativ witzig. Das ist nicht besonders schön, aber haben wir sogar ein Gameplay oben rechts jetzt verlinkt in der Ecke. Der König Flamingo kriegt von mir 6 von 10. Das ist der King Flamingo und hat ein Voting von 2,48 von 5 bei 27 Votes. Am 6. Juli 2019 sei es mal drin gewesen. Fünfmal seitdem 15 Reminders. Letztes Mal im Shop vor 21 Tagen. Dann haben wir ja den Party Rate. Müsste ich sogar auch ein Video dazu haben für 500 V-Bucks, das Teil. Dann oben rechts in der Ecke verlinkt. Kriegt von mir 10 von 10. Das ist der Lavish und der Lavish hat hier ein Voting von 3,07 von 5 bei 15 Votes. Am 7. Mai 2019 sei es mal drin gewesen. Zweimal seitdem 10 Reminders, also das letzte Mal im Shop quasi vor 127 Tagen. Dann haben wir diese Siegesrunde, diese Picke hier, finde ich persönlich jetzt mit dem Smiley da drin. Finde ich jetzt nicht ganz so toll, das Teil kriegt von mir. 5 von 10 für 500 V-Bucks. Ja, dann gucken wir doch mal ganz kurz da rein. Das hat ein Voting von 2,33 von 5 bei 9 Votes am 1. Juli 2018. Das erste Mal drin gewesen, 11 Mal seitdem 6 Reminders. Letztes Mal im Shop vor 224 Tagen am 30. Januar 2019. Boxenstopp, Wipplash. Ziemlich cool, das Teil. Taxifahrerrennen oder Rennfahrerinnen oder wie auch immer. Was man da sehen will. So für 800 V-Bucks, Teil des Royal Rennens. Jetzt kriegt von mir 7 von 10 der Wipplash. Und da haben wir ein Voting von 3,87 von 5 bei 78 Votes. Am 3. April 2018 ist das erste Mal drin gewesen. 30 Mal seitdem 79 Reminders. Letztes Mal im Shop vor 23 Tagen. Dann haben wir den Extraterrestrial. Ich finde das Ding mega geil. Da kriegt von mir 10 von 10 für 500 V-Bucks. Nun hat ihr ein Voting von 4,15 bei 3 Votes am 8. Juni 2019. Das ist das erste Mal drin gewesen. Sechs Mal seitdem 41. Ich bin mir ein Voting von meinem Shop vor 17 Tagen. Mega geiler Teil. So, dann haben wir hier den Farbenkanon hier. 4,500 V-Bucks mit seiner buntischen Einhorn und Erzchen und Sternchentasche. Da hinten ist noch dieses, was ist eigentlich ein Hundchen daneben dran. Und da vorne das Bärchen drauf. Mega cool. Kriegt von mir 8 von 10 der Bright Gunner. Und der Bright Gunner hat hier ein Voting von 3,25 von 5 bei 71 Votes. Am 29. April 2018 ist das erste Mal drin gewesen. 14 Mal seitdem 75 Reminders. Letztes Mal im Shop vor 49 Tagen am 24. Juni. Dann haben wir als nächstes mega geil, mega geil, mega geil. Die Regenbogenwucht für 1500 V-Bucks. Guckt mal, es schaut euch an. Es schaut euch an. Und sogar, wenn ich es da hindrehe, schaut es euch noch an, das Einhorn. Ja, und kriegt von mir auf jeden Fall 10 von 10. Das ist hier die Rainbow Smash. Und die Rainbow Smash hat ein Voting von 4,66 von 5 bei 62 Votes. Am 23. Februar 2018 ist das erste Mal drin gewesen. 17 Mal seitdem 172 Reminders. Letztes Mal im Shop vor 49 Tagen. Am 24. Juli 2019. Dann bei den Farbenballon. Mega psycho krank das Teil. Sonnenschein und Regenbögen für 1200 V-Bucks. Das Ding kriegt von mir auf jeden Fall. Guckt mal da unten selbst. Diese Raketen sind noch aus Gummi. Kriegt von mir 10 von 10. Ich finde das einfach nur psycho das Teil. Das ist psycho. Das ist der Bright Blimp. Hat hier ein Voting von 4 von 5 bei 20 Votes. Am 19. Februar 2019 ist das Mal drin gewesen. Fünf Mal seitdem. 14 Reminders. Letztes Mal im Shop von 49 Tagen. Dann kommen wir hier zum Langhorn. So ein Teil hatte ich früher mal bei mir im Zimmer hängen gehabt. Hat mir Omi geschenkt. Für 800 V-Bucks. Rauer Westen. Teil des rauen Westens. Liebe Grüße an dich gehen raus. Liebe Omi im Himmel da oben. So Langhorn kriegt von mir 10 von 10 finde ich einfach nur mega cool. So das ist der Longhorn. Longhorn hat hier ein Voting von 3,5 von 5 bei 8 Votes. Am 6. August 2019 ist das Mal drin gewesen. Zwölf Mal seitdem. Fünf Mal. Drei Mal seitdem. Zwölf Reminders. Vor 35 Tagen. Das letzte Mal im Shop am 7. August. So. Dann kommen wir hier zum Rio Grande. Und da haben wir eine Stilvorschau. Aber ich glaube die waren so schon drin gewesen. Ich finde Rio Grande auf jeden Fall grande. Gut. Da hinten auch dieses Backpack. Wenn das mal einfach so unterstehen bleiben würde. Wäre das glaube ich ganz schön. Ich gucke mal. Ich mache das mal so. Das geht dann auch wieder hin zurück. Das funktioniert so nicht. Auf jeden Fall cool das Teil. Rio Grande. Tasche Grande. Rio Grande kriegt von mir 7 von 10. Und Rio Grande hat hier ein Voting von 4,4 von 5 bei 20 Votes. Am 6. August 2019 ist das Mal drin gewesen. Drei Mal seitdem 18 Reminders. Jetzt mal im Shop vor 35 Tagen. Dann kommen wir hier zum Grenzläufer. Aber auch ein Hammer cooler Skin hier. Der Cowboy Skin. Mega geil. Ja. Hier hinten mit der TNT-Tasche. Da unten die Sprengsätze. Einfach nur das Ding hochziehen. Und dann lass es krachen. So. Das Ding kriegt von mir. 7 von 10. Der Frontshare. Und der Frontshare hat hier ein Voting von 3,47 von 5 bei 15 Votes. Am 6. August 2019. Das erste Mal drin gewesen. Zweimal seitdem. Nein. Dreimal seitdem. Zwei Reminders vor 35 Tagen. Auch das letzte Mal im Shop. Jo. Dann sind wir hier soweit durch. Dann kommen wir hier zu einem der geilsten Skins, die es überhaupt gibt. Das ist der Dunkel Splitter. Also das ist nicht der Skin, sondern das ist hier die Picke für 1200 V-Bucks. Das Teil. Und die hört sich richtig psycho an. Geometrisch perfekte Zerstörung. Das Teil. Verwandelt sich, wenn du Schaden verursachst oder länger als andere Spiele überlebst. Teil des Rauer Westens Sets. Das Ding kriegt von mir. 8 von 10. Und hat hier ein Voting von 4,02 von 5 bei 47 Votes. Am 24. Oktober 2019. Das war drin gewesen. Sechs Mal seitdem. 55 Dream ein. Das letzte Mal im Shop vor 35 Tagen. Und dann haben wir zu guter Letzt einen der geilsten Skins des ganzen Spiels. Der, also meiner persönlichen Meinung nach, der Deadfire. Der sofort, beziehungsweise soll ich den Herrn sofort gut. Mega cool das Teil. Der Deadfire. Und ja, da gibt es auch, glaube ich, müssten wir auch ein Video dazu haben zum Deadfire. Reaktiv. Verwandelt sich, wenn du Schaden verursachst. Oder länger als andere Spiele überlebst. Jo. Das Teil kriegt von mir 10 von 10. Und hat hier ein Voting von 3,87 von 5 bei 159 Votes. 24. Oktober 2018. Das ist das erste Mal drin gewesen. Sechs Mal seitdem. 109 Reminders. Letztes Mal im Shop vor 35 Tagen. Ja. Das Ding ist echt einfach nur geil. Geil, 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 geil. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen da oben da. Nutzt unseren Creator Code, wenn ihr uns supporten wollt. Sofortu gleich TTV. Ja, abonniert den Kanal und schaut es nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn Gleich. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.